Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 41.300 US-Dollar. Wir haben wieder einen kleineren Abverkauf gesehen, wo wir aber im Endeffekt drauf vorbereitet waren. Man sieht es hier ganz gut. Nachdem wir hier vorgestern nochmal in den Bereich von 45.400 US-Dollar ca. gekommen sind, haben wir jetzt das kleine Reversal gesehen, mit dem wir ungefähr gerechnet haben. und sind jetzt erstens am Monats-Pivot und an dieser 2 Stunden die Mahnzone sitzen geblieben. Heißt, wir haben jetzt hier erstmal einen minimalen Bounce gesehen. Wir haben jetzt das Wochenende. Ob das hier wirklich schon der Bounce war, wage ich momentan ehrlich gesagt zu bezweifeln. Deswegen habe ich mir auch noch keine Long-Order reingesetzt. Wir haben auch noch nicht diesen Abtrend, diesen roten Abtrend, den wir hier auch schon eingezeichnet haben, noch nicht re-getestet. Ich gehe weiterhin eher davon aus, dass wir hier wirklich diesen Bereich von 40.000 US-Dollar sehen. Hier habe ich ehrlich gesagt meine ersten Orders verteilt und die nächsten dann mit Worst-Case. Hier unten bei 0786 38.700 US-Dollar, um diesen gesamten Pump, sage ich mal, wieder aufzufüllen. Das ist jetzt momentan so die Sache, die ich so im Kopf habe, wo wir auch gestern im Livestream drüber geredet haben. Vielen Dank auf jeden Fall dafür schon mal. War wieder gestern ein nicer Livestream. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, ansonsten, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so mein Plan. Unten ins Golden Pocket von dieser Aufwärtsbewegung, sage ich mal, wäre jetzt der erste Step, wo ich sagen würde, okay, ich würde mir hier eventuell eine Long-Position aufbauen. Die nächste Position würde dann unten bis zum 0786er gehen. Und dann müssen wir gucken, es ist Wochenende, Wochenende ist wieder ein bisschen volatiler. Normalerweise wäre es mir ehrlich gesagt lieber gewesen, okay, wir gehen jetzt über das Wochenende dann noch ein bisschen hoch. Heißt, wir gehen jetzt heute erstmal in dieses Golden Pocket rein, lösen ein paar Orders aus, gehen dann über das Wochenende vielleicht in diese Widerstandszone rein, weil am Wochenende mehr Volatilität ist mit weniger Volumen. Nehmen ein Widerstand nach dem anderen hier oben raus, um dann am Anfang der Woche dieses Gap zu füllen, nochmal diesen Abtrenn zu testen und dann wirklich die Reise nach oben hin fortzusetzen. Das sind jetzt so die Ideen, die ich im Kopf habe, die ich mir zumindest jetzt in den nächsten Tagen sehr gut vorstellen könnte. Wir haben jetzt abfallendes Volumen, Verkaufsvolumen hat etwas zugenommen. Gut, liegt jetzt auch vielleicht ein bisschen in einer Marktlage wieder geopolitisch, weil wieder was passiert ist. Will ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Denn ansonsten, wichtig ist auf jeden Fall dieser Abtrend. Sobald dieser Abtrend gebrochen würde, wäre es gut, maximal bis zum 0786 zu gehen und dann wirklich diesen Bounce zu sehen, um diesen Abtrend nicht invalide zu machen oder halt einen neuen zu bilden. Ansonsten gibt es bei Bitcoin wenig zu sagen. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons sieht man hier auch ganz gut halten momentan noch. Ich mache es mal ein bisschen größer. Auch der 200er SMA wurde noch nicht angetestet. Wäre alles wirklich noch im Rahmen, wenn wir vom 200er SMA immer um die 4% gehen, sage ich mal, hätten wir sogar Fastluft bis zum 0786, um eine Longposition zu eröffnen. Aber den 200er SMA wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, sage ich mal. Bei Bitcoin, da haben wir noch nicht so die Erfahrungswerte, eher vor allem bei den Altcoins. Deswegen arbeite ich hier lieber gern mit dem Golden Pocket, beziehungsweise 0786er. Monatspewet, wie gesagt, hält momentan. Wäre die erste Chance gewesen. Aber die Gegenreaktion ist noch nicht wirklich da. Da kam mir noch viel zu wenig Volumen rein, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt auf jeden Fall die Trendwende, beziehungsweise das ist jetzt diese Bestätigung, auf die wir jetzt seit Tagen warten in dieser Zone. Ansonsten übergeordnet weiterhin unser doppelter Boden. Der Endplay ist weiterhin auf jeden Fall noch möglich. Wir haben Probleme hier mit dieser 4 Stunden Supply gehabt auf jeden Fall noch. Aber gut, das war absehbar. Wir haben auch noch genug Widerständen über uns, die wir abbauen müssen. Ansonsten, die 38.700 US-Dollar sind auf jeden Fall drin, auch um ein mögliches höheres Tief nochmal zu bilden. Also es wäre alles noch okay, solange wir diese Zone dann nicht auch unterbieten, beziehungsweise unter dieses letzte Low bei ungefähr 37.100 US-Dollar fallen. Solange sieht es auf jeden Fall noch gut aus. Übergeordnet, doppelter Boden, ist noch im Play, ist noch nicht raus. Also da müssen wir auf jeden Fall noch nicht bearish werden. Ansonsten weiterhin diese Seitwärtsrange im Endeffekt von 45.000 bis ungefähr, ich sage es mal, 34.000 bewegen wir uns einfach seitwärts. Das gilt übergeordnet plus der doppelte Boden. Kurzfristig kleiner Rücksetzer in dem Bereich von 40.000 US-Dollar ist auf jeden Fall noch möglich. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum haben wir ja gestern auch nochmal ein bisschen detaillierter angeschaut. Wir haben gesagt, okay, wir haben diesen Abtrend, der wahrscheinlich brechen wird. Also sehr wahrscheinlich, sobald Bitcoin wirklich unsere Preistile erreicht. Da sind wir jetzt ungefähr in diesem Bereich bei 2.700 US-Dollar. Sollte Bitcoin jetzt Richtung 40k gehen oder wirklich das Preistil von 38k erreichen, halte ich dieses Golden Pocket, das habe ich gestern auch angesprochen, in diesem Bereich von 2.550 US-Dollar. Auf jeden Fall wäre möglich. Wir hätten bei Ethereum auch noch ein mögliches Rising-Vedge, wobei das, naja, bin ich nicht so wirklich überzeugt. Wir haben es gestern eingezeichnet. Wäre vielleicht im Play gewesen, wenn wir da oben noch ein bisschen mehr konsolidiert werden. Ansonsten würde ich es rausnehmen. Preistil wäre ungefähr die 2.300 US-Dollar. Also der Beginn des Vedge, wenn wir hier wirklich von einem Vedge sprechen können. Aber, wie gesagt, das ist jetzt schon wieder aus dem Kopf raus, nachdem wir jetzt hier nicht weiter nach oben gestiegen sind. Ansonsten auch hier, das Golden Pocket, 2.600 US-Dollar, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier eventuell dann eine Long-Position zu eröffnen. Dann wird es natürlich interessant, aber das ist jetzt auch wieder Malerei rum, sage ich mal. Da hätten wir auch hier wieder ein mögliches Head-and-Shoulders-Chart-Pattern, sollten wir dann nicht über die 2.800 US-Dollar nachhaltig kommen. Aber gut, da ist Zukunfts-Melodie, da können wir vielleicht in ein paar Tagen nochmal drüber reden, sollte es wirklich so kommen. Ansonsten Golden Pocket im Blick behalten. 0.786, auch hier im Bereich der 2.470 US-Dollar wäre auch noch eine Möglichkeit. Worst Case, weil hier auch nochmal eine kleine Demandzone ist, die als kleiner Support nochmal wirkt, sage ich mal, die gerne vielleicht nochmal angelaufen werden könnte. Da hätten wir aber wieder ein tieferes Tief. Also wäre jetzt nicht unbedingt für einen weiteren Abtrend, sage ich mal, sinnvoll, um diesen weiterzuführen. Ansonsten auch hier doppelter Boden auf dem Daily. Man sieht es hier noch ganz schön, ist weiterhin im Play, solange wir hier nicht wirklich kolossal nochmal nach unten driften. Würde sagen, schauen wir uns noch ein bisschen die Altcoins an. Luna, ich weiß nicht, wer es mitgenommen hat. Bombe eigentlich hier. Abtrend hat gehalten. Wir haben die 4 Stunden E-Mail-Ribbons angetestet. Abtrend wieder im Bounce gesehen. Volumen ist wieder einigermaßen gut reingekommen, klar. Aber shorten würde ich es nicht. Long Position wäre dann ein Trade aufgemacht. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, der das mitgenommen hat, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Immer diesen Abtrend. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal einen neuen Push, sage ich mal, nach oben. Weiterhin übergeordnetes Ziel bei 108 Dollar. Muss man natürlich gucken, wie das weitergeht. Aber man sieht hier wieder, entgegengesetzt zu Bitcoin, Bitcoin fällt. Luna juckt es überhaupt nicht, sage ich mal. Also auch hier ist jetzt erstmal ein Bounce möglich, dann in höhere Regionen, solange Bitcoin keinen weiteren Abverkauf sieht. Gut, schauen wir uns auf FTM an. Auch so ein Coin, der gut und gerne immer gefragt wird. Gleiches Spiel. Wir sind hier am 0,5er. Wir sind am Monats-Pivot. Noch ein kleiner Push nach unten, sage ich mal, in das Golden Pocket. Das ist auf jeden Fall möglich. Bereich von 1,71 Dollar bis 1,75 Dollar. Einfach, weil hier nochmal eine kleinere Demandzone drin ist in diesem Golden Pocket. Heißt, wir haben hier noch eine Menge Liquidität. Würde wie bei Bitcoin ungefähr passen. Nochmal ein kleiner Wick nach unten. Und dann wirklich über das Wochenende vielleicht die Reise nach oben hin fortsetzen. Gut. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel. Solana können wir uns nochmal angucken. Solana, ein wenig vernachlässigt, sage ich mal, in den letzten Tagen. Vor allem, weil wir den Downtrend gebrochen haben. Wir haben Retest gesehen. Danach ansteigendes Volumen. Also ein relevanter Retest auf jeden Fall hier. Momentan jetzt eher wieder diese 4 Stunden E-Mail Ribbons nach unten hin durchbrochen. Also erstmal kein gutes Zeichen, sage ich mal, für den weiteren Abtrend. Ansonsten gilt hier relativ das Gleiche. Also wir können auch mal hier ganz kurz das FIP-Level dazunehmen. Vom Low hier unten, sage ich mal. Dann wäre das Golden Pocket bei ungefähr 86, 87 Euro erst. Also auch hier Möglichkeit, solange Bitcoin nochmal eine Etappe tiefer geht, dass wir hier auf jeden Fall dieses Golden Pocket antesten, Retest sehen und dann nochmal einen neuen Versuch nach oben hin starten. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns noch ganz kurz die News an. Noch gar nicht offen. FC Barcelona plant eigene Kryptowährung. Link habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht in die... Telegram-Gruppe geschrieben. Wurscht, schicke ich euch später auf jeden Fall noch. Ansonsten, Barcelona plant es. Gibt ja viele Fußball-Clubs, die es mittlerweile wagen, eigenen Coin rauszubringen oder sowas. Auf Binance vor allem. Jetzt kommt der nächste. Also Adaption findet auch hier im Fußballgeschäft immer weiter statt. Ansonsten würde ich sagen, morgen früh neues Update-Video. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende auf jeden Fall. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Und dann würde ich sagen, wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.